In diesem Video meines Teams-Crash-Kurses möchte ich dir zeigen, wie du Kanäle personalisierst und so eine Lernumgebung für deine Schüler und Schülerinnen schaffen kannst. Wir befinden uns hier in unserem Schulungsteam im Kanal 02 Längenmaße. Nun habe ich bereits eine Ankündigung erstellt, dass es in diesem Lernabschnitt um das Thema Längenmaße geht. Ich möchte meinen Schülern und Schülerinnen nun mein Video zum Thema Längenmaße und die Begleitaufgaben zur Verfügung stellen und auch noch eine Webseite, in der ein Längenmaß, das am Stephansdom angebracht wird, gezeigt wird. Das Ganze kann ich über Konnektoren bewerkstelligen. Die Konnektoren findest du im oberen Bereich deines Teams. Einen Konnektor hinzufügen geht über das Plus-Symbol. Auf Deutsch werden die Konnektoren auch Registerkarten genannt. Mit einem Plus kann ich nun beispielsweise eine Webseite hinzufügen. Ich möchte hier nun die L am Stephansdom hinzufügen. Beim Hinzufügen der Webadresse musst du nur darauf achten, dass es sich um eine HTTPS-Adresse, also um eine sichere Webadresse, handelt. Ansonsten ist das Einbetten nicht möglich. Du fügst die kopierte Webadresse ein und ich persönlich würde das Häkelchen über diese Registerkarte im Kanal posten deaktivieren, da sonst bei deinen Beiträgen eine neue Meldung erscheint, dass du eine Registerkarte hinzugefügt hast. Mit einem Klick auf Speichern wird diese Registerkarte nun hinzugefügt und du bekommst in Teams direkt die Wikipedia-Seite eingebettet. Im nächsten Schritt möchte ich gerne ein Video zum Thema Längenmaße hinzufügen. Das geht wieder über den Plus-Button und dann suche ich nach YouTube. YouTube muss vor der ersten Verwendung zuerst hinzugefügt werden. Das geht einfach über den Hinzufügen-Button. Danach ist der YouTube-Connector immer verfügbar. Du kannst nun in die Suchleiste entweder direkt einen YouTube-Link posten oder auch nach dem Video suchen, in dem Fall Längenmaße Stangel und ich finde nun mein Video zum Längenmaße umwandeln. Dieses Video kann ich nun auswählen, das Häkelchen entferne ich wieder und speichere das Ganze. Und nun siehst du direkt in Teams eingebettet ein YouTube-Video. Der große Vorteil des direkten Einbettens ist, dass keine Werbung vor dem Video gespielt wird und auch die rechts etwas ablenkende Leiste mit Videos, die ansonsten noch empfohlen werden, ist in Teams nicht sichtbar. Zu guter Letzt füge ich nun noch ein PDF-Dokument hinzu. Ich gehe wieder über den Plus-Button und ich wähle PDF-Datei. Die PDF-Datei muss allerdings bereits hochgeladen sein und im Team verfügbar, in meinem Fall in den Dateien vom Kanal Längenmaße. Dort liegt das PDF Begleitaufgaben Längenmaße und ich kann auf Speichern klicken und schon sind auch die Begleitaufgaben zu meinem Video in Teams direkt verfügbar. So hast du nun wirklich eine individuelle Umgebung für deine Klasse gestaltet zum Thema Längenmaße und zwar mit einer eingebetteten Webseite, mit einem eingebetteten Video und mit einer direkt eingebetteten PDF-Datei. Wenn wir uns das Connector-Menü noch ansehen, hast du auch die Möglichkeit beispielsweise ein Formular über Forms einzubinden, ein Word-Dokument einzubinden, ein Wiki zu gestalten oder auch eine PowerPoint-Präsentation einzubinden. Ich bin mir allerdings sicher, dass du diese Möglichkeiten bei Zeiten sicherlich selbst erforschen wirst. Und nun wünsche ich dir gutes Gelingen beim Gestalten einer Lernumgebung für deine Klasse.